Nicht etwa morgen schon, sondern am kommenden Mittwoch so gegen halb fünf im Ferienprogramm, da wird diese Folge von morgen schon wiederholt. Nun jetzt gleich bei uns, da geht es weiter mit dem Nesthäkchen, vielleicht kennt ihr die Annemaria schon aus Büchern oder auch schon vom Fernsehen, also man sollte sie auf alle Fälle kennen, jetzt kommt Teil eins vom Nesthäkchen.